Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ein cooles Lied für euch, nämlich Ghostbusters. Ich wünsche euch viel Spaß, lasst mir ein Abo und einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017